So, wir versuchen noch ein bisschen Preisgeld abzugreifen in Norwegen, der Lillehammer Grand Prix steht an, aber noch eine Gruppe vor eine Minute weg, 10 Kilometer, da vorne sehen wir es, sind jetzt nicht allzu viele Fahrer, 7 an der Zahl, aber irgendwie kommt hier im Feld auch keiner so richtig raus, wir nehmen jetzt Enzo Decker da mal weg, Mattheis versucht es, jetzt ist der Vorsprung unter eine Minute mal gesunken, boah, wieder sehr sehr wild, versuchen wir nochmal ein bisschen zu steuern, aber ich glaube, dass diese Gruppe da vorne gute Chancen hat. Jetzt ist der Vorsprung mal ein bisschen gesunken, Leo Bouvier ist gerade weg, so, wir hängen da, boah, alter Schwede, kommen wir da überhaupt nochmal irgendwie nach vorne, jeder hat da seinen Zug irgendwie gespannt und irgendwie läuft das nicht so richtig gut, ich bringe jetzt mal Bouvier hier mit rüber, damit wir hier drüben vielleicht nochmal unseren neuen Zug starten können, es geht dann gleich nochmal leicht bergauf, Bouvier kriegt mal Energiegel, wir lassen hier mal raus bei Mattheis, Bouvier ballert jetzt mal, Moasa und Jemane bekommen es auch mal, das wird jetzt aber wahrscheinlich nichts werden, weil wir jetzt komplett hier im Verkehr drin hängen, müssen wir einmal rüber steuern, aber Moasa und Jemane kommen da irgendwie gar nicht ans Hinterrad. Mal schauen, jetzt müssen wir brettern, vorne die Kollegen sind noch zwei Kilometer, die werden sich da durchsetzen, bin ich mir ziemlich sicher, dass die das vorne machen werden. So, Moasa kommt mal, mit der Sprintanfahrt für Jemane, der dann da jetzt nochmal losgeht, aber das wird nichts, die Ausreißergruppe holt sich den Sieg, Sanchez, also wir müssen noch viel viel häufiger in die Gruppen reingehen, die kommen häufiger durch, da hinten kommen jetzt noch ein paar Kollegen angesprintet, für die Top 10 wird es irgendwie reichen, Angel Sanchez vor Jan Huger, Bouvier, dann werden wir glaube ich Zehnter, komm schon, wir werden wenigstens Zehnter, Eric Moasa auf der Zehn und Jemane kommt dann sogar nur auf der 13 rein, also das hätten wir auch lassen können. So, wir sind weiterhin auf Preisgeldjagd, eigentlich können wir hier auch jetzt schon mal Bouvier mitnehmen, weil der Zug sonst zu lang wird, nehmen den Kollegen Vincent Dorn mal raus, also 8 Kilometer sind es noch, Tour auf Mesopotamien heißt das Ganze hier, von San Liofa nach Mardin geht es, die Fahrer Miguel Angel Lopez ist dabei, der wird heute sicherlich Top-Favorit sein, David Jemane, aber auch mit am Start, wobei wir heute für Juno fahren, dann Roger Kluge, Berlin und so weiter, alle mit am Start, aber jetzt auch nicht die Tip-Top-Konkurrenz. So, Ausreißer sind eingeholt, wir versuchen mal hier vorne in den letzten Berg reinzufahren, den letzten und ersten Berg des Tages übrigens, 7,2 Kilometer oben wird es dann erst so richtig steil, Bouvier ballert jetzt mal, ohne dass der rote Balken bei unseren Kollegen allerdings auch weg geht, dann haben wir Wesley Mohl, wir haben Jemane, wir haben einen starken Eric Moasa, der hier zu den Mitfavoriten gehört, drehen nochmal ein bisschen höher, Vincent Dorn wird da auch gleich rausfahren, ich mache das inzwischen immer so, wenn die Zeit verlieren, ist ja kein Drama. So, letzten, naja gut, nehmen wir noch nicht alle, schauen wir mal, dann kommt jetzt mal Mohl, der wahrscheinlich nochmal ein bisschen stärker ist, so, zieht ein bisschen roten Balken, aber es ist jetzt ja auch nicht mehr ganz so lang, nehmen wir vielleicht ein bisschen Tempo raus, wie schaut es aus, kommen die Kollegen da mit, die müssen erstmal die Lücke natürlich zufahren, dann kommt gleich David Jemane, wenn Wesley Mohl platt ist, weil jetzt kommen die steilen Rampen, so, da ballern wir jetzt mal drüber und nehmen jetzt auch mal generell die Energiegele, so, Wesley Mohl steuern wir mal raus, ja, nice, Jemane fährt ihm dann in die Parade rein, so, komm Jemane, zieh weiter durch, dann kommt nochmal Muassa, wie schaut es aus, wir haben uns abgesetzt, sehr nice, dann zieht Jemane jetzt auch nochmal mit weiter durch, für die Gesamtwertung vielleicht nicht ganz unerheblich, okay, das war's, und Juno kommt, und fährt das Ganze jetzt hoffentlich irgendwie stabil nach Hause, ist nicht mehr allzu weit, dann kann er auch nochmal los sprinten, Juno sollte sich hier locker den Sieg holen vor Muassa und Jemane, da kommt Kretschi noch, der uns den Dreifach-Sieg streitig machen könnte, schafft er allerdings nicht, jawohl, das bringt doch hoffentlich ein bisschen Geld, Tour auf Mesopotamia, Juno vor Muassa, vor Jemane, also Kanada vor Rwanda und Eritrea, das ist genau das, was wir hören wollen bei Team Bygate, so, los geht's, wir wollen natürlich unseren Gesamtsieg hier, oder unsere Gesamtführung erstmal verteidigen, jetzt müssen die Jungs hier mal nach vorne kommen, da haben wir Muassa in einem sehr, sehr schönen Trikot, generell taugt mir, Bouvier heute mit der Plus 3, unser Go-To-Guy im Sprint, könnten wir vielleicht aber einfach auch nochmal andersrum machen, das wäre mal das Spiel wahrscheinlich wieder irritiert, dass wir Juno, unseren Mann, für die Gesamtwertung da noch mit dranhängen, jetzt geht's hier in einen schönen Hügel rein, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, ne, so, unser Zug steht, Mohl und Eisenbad, ja gut, ne, müssen wir eigentlich nicht machen, komm, nimm raus, Feierabend, Eisenbad muss jetzt hier auch nicht kämpfen, können ruhig ein bisschen Zeit verlieren, können Energie sparen, jetzt werden wir hier ein bisschen überrollt, von den anderen, da ist der griechische Meister Arvanitu, muss ich immer noch an Evangelos Guibedos denken, unseren Griechen, das war schon echt nice mit ihm, so, Juno muss ein bisschen kämpfen, aber er bleibt da mit dran, und jetzt sind wir aus dem Gröbsten auch wieder raus, vorne noch ein paar Ausreißer weg, aus dem Weg, mein Freund, Konkurrenz hier nicht ganz so stark, sieben Kilometer sind's noch, sieht aber erstmal ganz gut aus, den roten Balken, den können wir schon noch regenerieren, wenn's dann drauf ankommt, hoffe ich mal, so, wir reißen da gerade wieder eine kleine Lücke, Miguel Angel Lopez haben wir hier, stimmt, wo war der überhaupt, auf der Etappe davor, 23 Sekunden jetzt sein Abstand, so, Vincent Dorn schafft es hier gerade noch so rüber, sehr gut, dann kann er nämlich jetzt hier nochmal in die Abfahrt reinballern, Moassa übernimmt dann gleich, so, wir legen mal weiter los, Vincent Dorn, super Arbeit gemacht, richtig gut, und da haben wir uns sogar schon wieder abgesetzt, also hier ist irgendwie der Wurm drin für die Konkurrenz, so, Moassa ballert, wir brauchen ihn aber noch ein bisschen, und vor allem brauchen wir die roten Balken halt auch, das wäre nicht ganz unwichtig, dass wir uns jetzt hier, gut, aber der Vorsprung ist schon echt nice, so, Moassa, komm schon, zieh durch, Lopez versucht hinzukommen, warum fährt Jemane eigentlich nicht am Hinterrad von Moassa, okay, jetzt ist wieder alles kaputt, keine Ahnung, was das immer soll, ja, ist nicht mehr weit, wir ballern nochmal ein bisschen, Moassa zieht nochmal durch, so, dann kommt jetzt Jemane mal mit dem Sprint, Bouffier geht los, und Juno darf auch nochmal, von hinten kommt da noch Christopherson, aber Bouffier holt sich den Sieg, und Juno kommt auch noch auf die zwei, also, das läuft gut, Konkurrenz nicht ganz so stark, aber es sind halt auch sehr, sehr dankbare Finals, mit diesen hügeligen Ankünften, da sind wir schon immer gut zurecht gekommen, also vier Fahrer in den Top 5, Miguel Angel Lopez, der ja wegen Dopingvorwürfen, ich weiß nicht, ob er schon gesperrt ist, auf jeden Fall gibt es dort was, was da im Raum steht, verwundert einen jetzt nicht bei dem Fahrertyp, der ja für ordentlich Skandale gesorgt hat, wenn er bei der Vuelta aussteigt, ohne Grund, und so weiter und so fort, da gab es sicherlich auch noch mehr, ganz, ganz komischer Fahrertyp, sehr guter Fahrertyp, gar keine Frage, gehört sicherlich zu den besten Kletterern der Welt, aber da gab es schon einige Geschichten drumherum, kurzer Blick auf die Gesamtwertung, also Juno vor Muassa vor David Yemane, momentan die Dreifachführung, das wäre echt nice, wenn wir das irgendwie durchziehen könnten, das könnte uns aus dem Minus bringen, 5.820 Euro, wir sind im Index für 2023, jetzt auch dankenswerterweise, auf Platz 44 abgerutscht, also das wird nichts mit Conti Pro, da werden wir keine Wildcards bekommen, für die großen Rennen, das ist aber auch völlig in Ordnung, wir wollen unseren Kader ja auch ganz in Ruhe, weiterentwickeln, also außer die Fahrer entwickeln sich jetzt natürlich noch mal weiter, die wir transfermäßig zu uns geholt haben, Timton Teutenberg mit 3,5 Sternen, genauso wie David Yemane, der reist maximal 3 Sterne, und Bonheur und Dayi Senga, da müssen wir ja eh dann schauen, dass wir ihn langfristig entwickeln, da ist schon noch Luft nach oben, gut, dann würde ich sagen, machen wir die Rundfahrt in der Türkei noch fertig, da kommen jetzt noch zwei flachere Etappen, da können wir mit Leo Bouvier nochmal in den Sprint reinhauen, sollte eigentlich gesamtwertungsmäßig nichts mehr anbrennen. So, dritte Etappe in der Türkei, Wesley Moll versucht es mal, uns hier wieder aus dem Gröbsten rauszuhalten, so, Vincent John, den hatten wir ja auch auf dem Zettel, das sind die Anfahrer für Roger Kluge, Wesley Moll kriegt jetzt auch nochmal Energie, wir gehen mal schauen, eigentlich wieder eine Anfahrt, die uns liegen sollte, der Berg der ersten Kategorie, der wird hart, wo ist Juno? Da ist er. So, vorne noch eine Gruppe weg, allerdings sind es nur noch ein paar und 40 Sekunden, und die werden definitiv an diesem Berg der ersten Kategorie, der dann hier noch kommt, ordentlich explodieren. Da haben wir Miguel Angel Lopez, der eigentliche Top-Favorit hier auf den Sieg, der wird es allerdings nicht schaffen. Gut, dass wir hier so einen langen Zug eben auch gemacht haben, jetzt kommt dann schon Jemane, weil wir ein bisschen früher los mussten. So, Wesley Moll nimmt mal raus, Jemane muss ein bisschen drumherum kurven, bringt uns da jetzt wieder in eine gute Position, man sieht hier schön die Züge aufgereiht, das mag ich beim Pro-Style-Game-Manager definitiv lieber als beim Tour de France-Game, sowas wie einen Zug gibt es da nur sehr chaotisch, jetzt wird hier allerdings alles ein bisschen durcheinander gewürfelt, da weiß keiner mehr, welchem Zug er überhaupt angehört. So, fünf Kilometer sind es noch. Wir nehmen die Energiegele, wir ballern mal uns da ganz kurz raus, aus dem Gröbsten, so, jetzt wird alles wieder durchgemixt. So, kommt schon Juno, Jemane Eisenbart, der heute unser Go-To-Guy ist. So, Jemane ballert mit der 99, und da müssen wir vorne gleich aufpassen, dass wir da nicht zu heftig durchgehen. So, Morser kommt mal. Und Jemane, ja, der nimmt nicht komplett raus, der versucht einfach nur mal seine Position irgendwie zu halten. So, Morser, komm schon, zieh durch, mit Eisenbart im Idealfall. So, ich glaube, diesmal sind wir in keiner so guten Position, weil Morser aber auch immer wieder da rüberfahren will. Da werden wir richtig weggedrängt. So, da vorne, Lopez, der wird da jetzt losgehen. Juno kommt nochmal, Eisenbart mit der Plus 5, wird aber nicht mehr ganz vorne hinkommen. Definitiv nicht. Und dann wird das nix werden mit dem Sieg. Das haben wir deutlich vermasselt. Und vor allem Eisenbart ist nicht mal losgegangen, weil ich daneben geklickt habe. So, das sind ein paar Sekunden für Miguel André Lopez. Plus Zeitbonifikation könnte nochmal ein enges Höschen werden. Das war einfach nicht die Situation, in der wir eigentlich sein wollen. Aber Erik Morser auch ganz, ganz stark auf dem zweiten Platz. Tobias Müller auf der 5. Klingt, als wäre er bei unserem Abo-Team mal dabei gewesen. Tobias Müller. Es war aber Tom Müller, glaube ich. Eisenbart dann nur auf der 11. Aber das habe ich auch ziemlich verkackt hier auf der dritten. Tappe. Wir schauen mal auf das Schlussergebnis und hoffen mal, dass wir die Gesamtführung behalten haben. Juno sollte ja vorne dabei geblieben sein. Also Juno alle vier Trikots, die er dort auf seinen Schultern trägt. David Jemane verliert jetzt zwei Positionen mit seinen 25 Sekunden Abstand. Jetzt ist er nur noch auf Platz 5, aber den Gesamtsieg, den sollten wir uns nicht mehr nehmen lassen. Entweder Muassa oder Juno. Einer von beiden wird das Ganze hier gewinnen. Und das bringt uns dann natürlich auch ordentlich Kohle. Zumindest kurzfristig mal wieder ins Plus. Da müssen wir schauen, wie wir personalmäßig da durchgehen. Habe ich ja schon gesagt, dass wir wahrscheinlich auf einen Scout dann eben verzichten. Grand Prix Chantal Bia. Also es geht auch in den Osten noch. Nein, es geht nach Kamerun und es geht noch nach Burkina Faso. Das werden wir aber alles weg simulieren. Da glaube ich, das haben wir nur drin, damit noch ein bisschen Kohle reinkommt. Ein Teamzeitfahren zum Start. Nice. Habe ich gerade gute Erfahrungen beim Tour de France Game gemacht. Das wird bestimmt richtig gut. So, da ich jetzt immer so zwischendrin mal wieder weiterspiele, habe ich immer nicht mehr so den Überblick, wo ist Folgen Anfang, wo ist Folgen Ende. Wo haben wir uns mal die Talente hier angeschaut. Schauen wir mal ganz kurz hier auf das Potenzial. Philipp Wirt, das kann mal ein guter Sprinter, ein guter Anfahrer eher werden. Eher so der Typ Ausreißer, oder? Also Ebene ist ja richtig gut, Ausreißer geht so, 60. Aber viereinhalb Sterne Potenzial ist natürlich ziemlich nice. Ansonsten haben wir hier ein paar Vier-Sterne-Fahrer. Leider nicht ganz so viele aus dem afrikanischen Raum. Da sind wir auf dem deutschen Markt dann doch deutlich fündiger geworden. Und hier müssten wir dann auch mal schauen, dass wir das hier dann ändern zum Start der neuen Saison. Also da ist einiges noch zu tun. Der Draft kommt noch. Wir sind schon am 29. September, Platz 44. Wie gesagt, unsere neu verpflichteten Fahrer haben sich da jetzt erstmal nicht mehr weiterentwickelt. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir wollen noch nicht Conti Pro werden. Ab der dritten Saison wäre es dann ganz nice, in Conti Pro an den Start zu gehen. Ich denke mal, unsere Fahrer sind dann auch stark genug, um das dann eben auch zu schaffen. So, nochmal eine blöde Rennsituation. Vorne eine Gruppe, zwölf Fahrer weg. Die haben sich natürlich gleich abgesetzt. 1.15 Uhr hier. Reutimann. Da sind ein paar Fahrer dabei. Riccardo Zeudel mit 1.15 Uhr. Abstand, das sollten wir noch ein bisschen verringern. 1.57 Uhr ist es jetzt noch nach vorne. Unser Team schon ziemlich verschlissen, wie wir hier sehen. Vincent Dorn ist da schon ziemlich raus. Wesley Mohl kann jetzt auch gleich mal rausnehmen. Großteil des Feldes auch schon ziemlich angeschlagen. Eisenbad versucht hier vorne in der Führung ein bisschen was mitzumachen. Die anderen Teams versuchen die Gruppe einzuholen. Radnet Oswald ist dort mit drin. Und das norwegische Team hier. Gerade mal schauen, wie die heißen. Das Team Coop. Auch interesting. So, vorne die 20-Kilometer-Marke für uns erreicht. Wir haben nicht mehr so viele Fahrer. Puh, ja, unser gelbes Trikot sollten wir nicht verschleißen. Morsa verschleißen wir damit natürlich eigentlich auch. Den zweiten Platz wollen wir nicht vergeben. Wie machen wir es? Jemane ist auf der 5. Juno ist auf der 1. Morsa auf der 2. Und unser Top-Sprinter, den wir eigentlich zum Sprintsieg führen wollen. Ach man, ärgerlich. Gut, wir müssen es ein bisschen auflösen. So, mal schauen. Wir fahren jetzt für den Gesamtsieg für Juno. Können aber die Kollegen hier natürlich noch ein bisschen Tempo machen lassen. 1,49. Es wird ein bisschen weniger. Reutimann hat vorne angegriffen. Natürlich einer der gefährlichen Fahrer. Aber sind die sich hier noch so einig? Es sieht echt danach aus. Zeudel hat da jetzt seine Probleme. Aber es scheint so, als würde diese Gruppe auf jeden Fall durchkommen. Morsa drückt mal ein bisschen aufs Tempo. Und dann geht es jetzt hier einfach nur noch um den Gesamtsieg. Also Zeudel ist raus. Der ist mit 1,15 hier mit dabei. Aber wir haben schon gesehen, Reutimann fühlt sich anscheinend sehr stark. Der attackiert da jetzt mehrfach. Hoffen wir mal, dass die Gruppe dadurch einfach nicht mehr so gut funktioniert, wie sie es vorher getan hat. Dass die sich jetzt ab und zu einfach mal anschauen. Aber es sieht auch nicht danach aus. Nowak fährt da wieder ein gutes Tempo durch. Sonst will allerdings gar keiner mehr so richtig. Also 10 Kilometer noch. Wird es der Gesamtsieg für uns oder eben nicht? Momentan sieht es eher nach nicht aus. So, kommt schon Leute. Nehmt da vorne mal ein bisschen raus. Jetzt kommt noch eine Sprintwertung. Auch mega unnötig. Nehmt da vorne noch mal nach. So, komm, jetzt lass mal hier ein bisschen uneinig sein. So, Jemane kommt und ballert mal los. Sind noch 5 Kilometer. Moasa bleibt mal so schnell es geht hier mit dabei. So, 1,36. Vorsprung wird jetzt schnell kleiner. Auf geht's hier mal eine Zieh durch. Wir kommen vorne nicht mehr hin. Der Tagessieg wird's nicht werden. So, jetzt geht's hier bergab. Juno kommt mal. Eigentlich sollte der Sprint noch nicht angreifen. Ach nee, Quatsch. Ja, Shit. Ist ja auch noch ein Stück. Hab wieder falsch geschaut. Juno kommt mal mit der 99 in die Abfahrt rein. 1,22. So, jetzt geht's mal los. Vorne sind sie schon ums Eck geballert. Also, Etappensieg für, hoffentlich nicht Reutimann. Lende Pau holt sich das Ding. Wo ist Reutimann? Der kommt hier erst. So, wir sind gleich bei der Kilometermarke. Jetzt geht's mal los mit Leo Bouvier in den Sprint. Und dann sollte das doch noch irgendwie gerade reichen. Puh, juju, 1,14. Was war mit Reutimann? Wo ist Reutimann? Reutimann, wo bist du? 1. Der hat sich bestimmt Zeitbonifikation unterwegs geholt, Reutimann. Und wird dann wahrscheinlich die Rundfahrt hier noch gewinnen. Ja, das ist scheiße. Fuck. Jetzt bin ich gespannt. Das ist genau der Abstand gewesen. Aber ich glaube, Reutimann wird im Endeffekt vorne sein in der Gesamtwertung. Tja, da konnten wir die Gruppe einfach vorne nicht kontrollieren. Wesley Moll kommt noch ein bisschen später rein. Aber Leo Bouvier auf jeden Fall mit einem guten Sprint. Sehen wir es mal positiv. So, wir gehen mal zur Siegerehrung. Abstand. Schauen wir drauf. Reutimann. Ach, guck mal, da sind wir sogar noch dritter. Serdar, Anil, Dippe auch noch vor uns mit sieben Sekunden. Also Francis Juno auf der 3, Morsa auf der 4. Und David Jemane dann nur auf der 7. Die Ausreißergruppe holt es auf der letzten Etappe. Ey, ich hasse alles. Aber die Ausreißergruppen sind hier schwerer zu kontrollieren. Man muss mehr arbeiten, auch gerade wenn man das Führungstrikot hat. Finde ich ja eigentlich ganz gut. Aber das ist natürlich jetzt zu unseren extremen Ungunsten ausgefallen. Trotzdem drehen wir leicht ins Plus vom Preisgeld. Ich übe schon für das asiatische Team demnächst. Also für das Preisgeld 1.400. Ja, hätte natürlich noch ein bisschen mehr sein dürfen. Max van der Meulen bei der Ronde de Lisar relativ gut gewesen. Also gutes Ergebnis vom Holländer gegen den wir uns ja dann entschieden haben, weil wir auch nicht zu viele vom Development Team DSM holen wollten. So, das ist rum. Jetzt geht es noch zum Sparkasten Münsterland Giro. Da gibt es hoffentlich auch noch mal ein bisschen Kohle abzugreifen. Ja, gegen Olaf Koi, gegen den amtierenden Weltmeister. Was soll da schief gehen? Wir schauen mal auf die Startliste. Dani van Poppel, Marco Haller, Cimolay mit dabei, Ravasi. Ja, Olaf Koi. Wen haben wir sonst noch? Caleb Youn noch mit dabei. Und ansonsten dann eher wieder kleinere Teams. Also ich würde mal sagen, die Top 10, die können es schon werden, wenn wir mit Leo Bouffier da richtig schön reinhalten. Da gehen wir dann auf die letzten Kilometer rein. Ist immer ein bisschen hügelig. Nicht 201 Kilometer lang, nicht das schwerste Rennen. Also rund um Köln ist, glaube ich, immer ein bisschen schwieriger. Rund um Finanzplatz Eschborn auch. Durch den Taunus drumherum natürlich immer etwas komplizierter. Und den Rest des Jahres, den simulieren wir dann einfach weg. Und dann sind wir mit der ersten Saison doch relativ schnell durch. War natürlich immer mal ein bisschen Lücke drin, weil ich für die Klausuren lernen musste und dass die Tour de France natürlich parallel war und das andere Tour de France Game auch ein bisschen Priorität über dem Pro Cycle Manager hatte. Dafür werden wir das aber jetzt ja durch den kompletten Winter durchziehen und werden hoffentlich viele, viele spannende Saisons mit dem Team Bike-Aid erleben. So, brutales Tempo hier. Wesley Moll sollte da einfach mal wieder rausgelassen werden, damit er ein bisschen Tempo fahren kann. Warum fährt er nicht vorne hin? Vorsprung jetzt unter eine Minute gesunken. Vincent Dorn haben wir hier mit dabei. Und diese Gruppe, alte Schwede, geht mir das auf den Geist. Dann machen wir es halt so. Dann fährt er halt Einsatzbalken, wenn die sich hier nicht einigen können. Aber jetzt ist der Vorsprung zu gering nur noch auf das Hauptfeld. Das wird nichts mehr werden. Das war irgendwie zu großes Chaos hier. Wir hatten drei Minuten Vorsprung bei noch 30 Kilometer und es ist jetzt komplett in die Tonne gegangen, weil hier einfach kein Arsch sich ansatzweise mal geordnet einsortieren wollte. Roger Kluge haut da richtig rein jetzt. Das sieht mir eher fast nach einer Attacke aus, als dass das hier sinnvoll zu Ende gefahren wird. Lebovier haben wir hier vorne in einer ganz guten Situation. Und Vincent Dorn ist kein ganz schlechter Sprinter. Heute auch mit der Tagesform wäre das aus der Spitzengruppe raus, glaube ich, echt gut geworden. Aber jetzt ist hier alles auch zusammengerollt. Und da haben wir Olaf Koi, den neuen amtierenden Weltmeister. Sieht einfach geil aus, dieses Trikot. Regenbogentrikot. Beste, was es gibt. Also außer im Tour de France-Game. So Roger Kluge fährt jetzt hier auch nochmal vorne mit rein. Klemmt sich da dran. Aber wie gesagt, der Vorsprung hier auf die Sprinter, das ist zu gering. Außer es passiert jetzt nochmal was Unvorhergesehenes. Aber Wesley Mull kann das da vorne auch nicht ewig durchhalten. So, wir müssen hier hinten mal schauen, dass wir unsere Truppen mal sammeln. Palke sollte da jetzt mal nach vorne kommen. Wir nehmen Juno einfach mal mit. Dann Eisenbart, guter Anfahrer und Lebovier. Und dann sind vielleicht die Top Ten irgendwie hier drin. Jetzt hoffen wir mal, ja gut, das war jetzt vielleicht auch nicht so gut, die Jungs da so weit zurückzuholen. So, jetzt kommen hier nochmal Attacken, die wahrscheinlich nicht funktionieren werden. Aber was soll's, wir gehen mit Vincent Dorn einfach mal mit. Ja gut, das hat dann auch gar keinen Sinn. Dann können wir es auch gleich lassen. Wo sind unsere anderen Jungs? Das sind nicht wir, das ist Bora Hansgrohe. Dann holen wir Dorn mal mit rein. Lassen Palke mal raus. Und hängen die drei Jungs mal an Vincent Dorn mit dran. Der ist in einer guten Position. Wir sammeln die Truppen mal hier drüben. Juno, komm mal mit rüber. So, fünf Kilometer Marke ist gleich erreicht. Leider klappt's hier nicht mit dem Ausreißer Triumph. So, Vincent Dorn muss losballern. So, Juno da vorne nochmal ein Kreisverkehr. Müssen wir jetzt auch mit der 99 halt durchziehen. So, Vincent Dorn steuern wir mal einfach rüber. So, kriegen aber auch gleich die Quittung, weil wir hier komplett in den Verkehr geraten. So, Juno, komm mal mit rüber. Eisenbad bitte am Hinterrad. Das reicht wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr. Eisenbad geht mal los. Mit Bouvier am Hinterrad, der jetzt kommt. Da sind wir aber schon viel zu weit vorne weg. Es wird der angepeilte Top-10-Platz. Aber das ist ja ein Riesenabstand. Und der Sieg geht an Christoph Noppe. Ja, nice. Christoph Noppe, wahrscheinlich. Das E ist stumm. Gewinnt vor Olaf Koi. Kalab Juhn, Danny van Poppel, Alberto Danese. Und dann kommt Leo Bouvier auf einem guten sechsten Platz rein. Leslie Lures auf der Siebentosch van der Sander. Ben Jochum. Auch interessant. Von Lotto Kernhaus. Jut, ich bin generell mal gespannt, was für Talente dann in der nächsten Saison auch so auf den Markt geschwemmt werden. Was auch die kleineren Teams vielleicht für riesige Talente an Land ziehen. Da werden wir natürlich wieder ordentlich scouten und schauen. Sechster Platz. Hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Gerade aus der Ausreißergruppe war ich kurzfristig mal ein bisschen euphorisch, dass das vielleicht mit Vincent Dorn klappen könnte. Dem war jetzt leider nicht so. Aber gut, dann schauen wir uns mal an, wie die Saison zu Ende geht. So, willkommen zum Ende der Saison. 24. Oktober. Wir sind beim U23-Draft angekommen. Da sind jetzt nicht alle Fahrer drin, die wir eben auch mal beobachtet haben. Man kann hier auch nochmal die freien Fahrer wählen. Da wäre dann sowas dabei wie Mengis Petros. Der hätte sogar viereinhalb Sterne Talent. Joa, eigentlich sollten wir da auf jeden Fall mal reingehen. 21 Jahre alt, aus Eritrea. Aber den finde ich eigentlich ganz interessant. Auch wenn wir ihn jetzt, wie gesagt, nicht beobachtet haben. Das wäre mal so der zweite Fahrer. Ansonsten nehmen wir Philipp Wirth mal mit rein. Der hat Vier-Sterne-Potenzial. Ganz guter Fahrer in der Ebene. Ein paar Fahrer sind eben auch schon anderweitig vergeben. Und da wir ja eher ein bisschen nach Afrika rüberschieren wollen, finde ich jetzt hier bei den beobachteten Fahrern gar nicht so viele interessante. Wir hätten hier noch einen 20-jährigen Algerier. Da gehen wir auch nochmal mit rein. So, jetzt müssten es doch drei Fahrer sein, die wir ausgehen. Achso, Philipp Wirth. So, dann gehen wir nämlich mal weiter. So, Fahrer, die bei ihrem Team unterschrieben haben. Fahrer, die woanders unterschrieben haben. Joa, das ist mir schon relativ klar. Also, dann haben wir so ein bisschen eine schöne Auswahl von allem. Auch wenn da jetzt nur ein Fahrer dabei war von denen, die wir auch tatsächlich gescoutet haben. Ah, okay. Es gibt natürlich noch eine Runde 3. Da sieht man jetzt hier bei der Kangangi. Wir schauen nochmal weiter bei den freien Fahrern. Sind hier noch irgendwelche großen Talente? Ich habe jetzt mal nach Potenzial sortiert, nach Einschätzung. Da wäre Hamza Amari, den man tatsächlich sogar für die 23er nehmen könnte. Nehmen wir ihn mal. Vielleicht entwickelt er sich ja doch nochmal ganz gut. Er ist ja sogar auch Meister in Algerien geworden. Also Hamza Amari nehmen wir nochmal mit rein. Der jetzt gerade wieder weggeflogen ist. Äh, wo ist er denn jetzt? Habt glaube ich so, genau. Hamza Amari nehmen wir nochmal mit rein. Wen haben wir sonst noch so? Afrikanisch ist da relativ wenig nur am Start. Auch ansonsten würde da nichts passen für uns. Nope, eher nicht. Potenzialmäßig. Ach, guck mal hier. Ach, geil. Ein Grieche. Sorry, aber Evangelos Guibedos habe ich so hart gefeiert. Ich will noch einen Griechen im Team an. Und er ist ein Puncheur. Ein griechischer Puncheur. Da bin ich sofort am Start. Also das muss alleine, wie aus der Tradition vom ersten Team Bike Aid, muss das einfach weiterleben. Deswegen ein Grieche wieder mal für das Team Bike Aid. Und hier unten haben wir noch Jean Nepo Birgirmana. Da kann man sich das Gauten hier ja fast schenken. Wenn man ehrlich ist. Bringt ja eigentlich fast gar nichts. Weil hier sind eigentlich nur Fahrer dabei, wo ich sage, ja, nice to have. Aber deutsche Fahrer haben wir, glaube ich, eh genug. Dann würde ich eher noch ein bisschen Richtung Exoten gehen. Also 21 Jahre aus Ruanda. Guter Bergfahrer. Holy shit. Aber mit wenig Potenzial halt nur noch. Wir schauen gerade mal bei unserem Griechen da mit rein. Der jetzt, glaube ich, wahrscheinlich wieder nicht mehr ausgewählt ist. Ja, doch haben wir ja schon geschaut. Also der hat auch richtig Potenzial. Geil. Also da haben wir schon direkt die Transfers für die Nachfolgesaison. So, jetzt schauen wir noch mal. Das wir, Hamza Amari hatten wir noch mit reingenommen. Da haben wir unseren Griechen. Momentan noch nicht mit so viel können. Aber das kann noch werden. Jean Nepo. Dann haben wir Tesfou Redaer. Jetzt auch nicht so überragend. Südafrikaner. Wie gesagt, finde ich nicht so sexy für unser Team Bike Aid. Wir wollen andere afrikanische Länder haben. Da ist jetzt aber auch nicht mehr so viel dabei. Da haben wir noch mal Avid Amman. Der war doch mal Skispringer für die Schweiz. So, das sind natürlich dann schon richtig gute Talente. Aber da wollen wir gar nicht groß reingehen. Albanien passt nicht. Dereks Segara. Segara, der wäre natürlich nice gewesen für Legion of Los Angeles. So, Südkorea ist nicht unser Markt. Costa Rica ist nicht unser Markt. Ach, geil. Also Legion of Los Angeles hat hier richtig schön Nachwuchs. Auch hier Bermuda noch mit dabei. Talente. Richtig geil. Wie weit das hier auseinander geht. Dann schauen wir doch noch mal bei unseren Fahrern rein. Reinhold Wegner, Zeitfahren. Potenzial. So, wir gehen das gerade noch mal durch. Nick Schreiber ist schon weg. Kevin Schrader. Max Bock hätten wir hier noch. Der ist noch ziemlich schwach, aber halt auch erst 18 Jahre alt. Also noch sehr, sehr jung. Riyad Bhakti. 17 Jahre alt. Komm, wir nehmen den noch mal mit rein. Dann sind wir da bei Algerien halt auch richtig hart mit dabei. So, die haben dann auch unterschrieben. Zweimal Algerien, einmal Griechenland. Ich finde, das ist eine gute Mischung. Wie viele Runden gibt es hier? Bis wir wahrscheinlich 10 Fahrer haben. Bis wir gar nichts mehr machen können. So, mehr Fahrer will ich jetzt eigentlich gar nicht holen. Können da ja einfach noch mal ein paar deutsche Fahrer gleich mit reinwerfen. Gibt es hier überhaupt noch deutsche Talente? Ach, guck mal hier. Angola wäre noch mit dabei. Da ist sogar, ach nee. Wollte gerade sagen, sogar dreieinhalb Sterne. Vom Alter her sind die dann hier 19. Also potenzialmäßig ist da schon einiges am Start. Ja, dann nehmen wir halt noch mal ein paar Afrikaner mit rein. Ruanda haben wir hier. Belize, das passt nicht so richtig. Mali. Ja, nice. Da gehen wir mal rein. Haben wir sonst noch was, was passen würde? Da ist noch mal Algerien. Da haben wir auch Uganda. Ja, cool. Nehmen wir. Richtig cool. Ich glaube, wir bekommen da eine coole Kangangi U23 hin. Aus jeder Nation ein bisschen was. Jetzt schauen wir noch mal weiter runter. Da ist Dominik Abaya aus Deutschland. Da hätten wir natürlich auch Äthiopien noch mal mit Tesfou Redae. Das können wir auch noch mal machen. Und da ist noch ein Grieche. Aber Griechen haben wir jetzt ja. Das Basjo Nigeria hätten wir noch. Der hat auch ein bisschen achgeilen Nigerianisch und Kopfsteinpflaster. Ah, okay. Wir können ja nur noch einen nehmen. Ja, dann würde ich aber fast sagen, wir lassen mal Tesfou Redae raus. Den 20-Jährigen. Ich nehme lieber einen Fahrer, der noch gar nichts kann. Und Kopfsteinpflaster. Nigeria und Kopfsteinpflaster. Da bin ich sofort am Start. So, und dann hätten wir unsere Kangangi U23. Müsste doch eigentlich passen, oder? Für die neue Saison. Sieht man dann hier schon das neue Team? Ne, sieht man nicht. So, ja, sind wir fertig. Weiß nicht genau, was jetzt noch passiert. Muss ich hier irgendwo Rekrutierung? Haben wir gemacht. Dann schauen wir mal. Ich klicke jetzt einfach mal ganz mutig auf Weiter. Und mach mal die Leertastensimulation beenden. So, ein neues Budget. Ab der nächsten Zahlung erhalten Sie monatlich 79.000. Puh, brauchen wir auch. Weil ansonsten wird es schwierig. Formelhöhepunkt für Jasper Levi Palke. Perfekte Planung mal wieder. Die Division für 2024. Wir sind mit Platz 48. Wir bleiben bei Continental. Jetzt schauen wir mal ganz kurz noch hier rein. Das ist wahrscheinlich immer noch. Ne, ist schon das neue. Das sieht geil aus. Sorry, aber das sieht richtig nice aus. Da schauen wir mal, wie die sich entwickeln. Müsste man natürlich dann immer die Verträge nochmal verlängern. Kann man ja auch verlängern. Aber das sieht richtig geil aus. Hamza Amari. So Fahrer, die wir ja auch für die erste Mannschaft so ein bisschen im Blick hatten. Da lassen wir dann immer mal das Auge drüber schweifen, was die so für Ergebnisse holen. Ob die sich nochmal richtig verbessern. Nice. Richtig, richtig nice. Und hier ist jetzt auch schon unsere erste Mannschaft drin. Auch das ist geil. David Jemane nach wie vor unser Spitzenfahrer. Aber ansonsten von den Qualitäten her müsste das alles passen. Wir haben mit Vlad van Mechelen einen guten Zeitfahrer. Da fehlt es uns noch ein bisschen tatsächlich beim Zeitfahren. Das sehen wir hier. Ich sehe nur eine einzige Uhr an sich. Aber glaube ich, sind wir für die nächste Saison richtig gut aufgestellt. Finanziell soll es jetzt auch wieder ein bisschen aufwärts gehen. Zumindest leicht. Schauen wir mal. Ja, da ist jetzt Minus. Aber dann soll es wieder ins Plus drehen. Hoffen wir mal. Also Personal müssen wir noch einstellen für die neue Saison. Ich weiß nicht, ob die da jetzt gerade noch mit eingerechnet sind. Oder ob die auch schon entlassen wurden. Ne, die sind noch da. Wahrscheinlich bis Ende des Jahres, oder? Ah, okay. Wir müssen natürlich die jetzt auch erst nochmal wieder neu zuordnen. Solange das eben irgendwie noch Sinn macht. Also das mache ich alles mal. Und dann, ja, würde ich sagen, sind wir mit der Saison soweit fertig. Wir machen jetzt gleich nochmal den Überblick über die generellen Transfers. Wie sich die World Tour Teams so verändert haben. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit unserem U23-Team. Mit der Kangangi U23. Ui, ui, ui. 23. Da war jetzt gerade Pfeifersches Drüsenfieber bei Mauro Brenner. Der fällt noch bis Dezember aus. Hat sich aber schon ein bisschen verbessert, Mauro Brenner. Nice. Das ist 68 Berg, Mittelgebirge 68. Da ist ja noch ordentlich Luft nach oben. 63 Beschleunigung. Auch Richtung Panschöa könnte das ganz gut werden. Also ich bereite mal alles ein bisschen vor. Das war die erste Saison mit Team Bike Aid. Hat ein gutes Ende gefunden. Finanziell müssen wir jetzt schauen, dass wir wieder ein bisschen mehr ans Plus drehen. Aber ich denke, mehr Siege, mehr Preisgeld, mehr Punkte, bessere Fahrer. Nächstes Jahr Conti Pro. Und dann werden auch ein paar größere Rennen gefahren. So, willkommen zu den Transfers. Wir schauen uns mal die Worldtour-Teams an. Wir gehen jetzt nicht jeden Fahrer einzeln durch. Aber wir schauen einfach mal, welche Teams sich richtig gut verstärkt haben. Und welche eher nicht. So, bei Alpe 10 de König ist es ziemlich gleich geblieben. Von den Sternen her knapp über vier. Bleiben in der Worldtour. Nächstes Jahr finde ich auch ganz cool, wie man das hier so sieht. Also der Fokus liegt schon eher auf Sprint, Kopfsteinpflaster, Hügel, Zeitfahren, weniger auf Gesamtklassement. Das ist auch relativ klar. Mathieu van der Poel, Philipsen, Siongro, Andersen, Caden Groves, die bleiben alle. Beste Neuverpflichtung. Bert van Leerberge von Soudal Quickstep kommt. Mathieu Burgodeau, Abner González von Team Movistar, den wir ja damals zu Legion of Los Angeles gelotst haben. Sylvain Delier, wie auch immer. Also die verlassen. Aber ja, es kommen ein paar Vier-Sterne-Fahrer. Es gehen ein paar Vier-Sterne-Fahrer. Bei Apple-Szene König können wir relativ schnell drüber hinweggehen. Weltmeister wechselt von Jumbo Wismar zu Bora Hansgrohe, Olaf Koi. Georg Steinhauser kommt. Petrero, Mark Stewart. Ansonsten Sam Bennett verlässt das Team Richtung Jumbo Wismar. Also die haben einfach nur die Sprinter ein bisschen getauscht. Wo ich aber sagen muss, da hat Bora Hansgrohe den definitiv besseren Deal gemacht. Olaf Koi mit 22 Jahren einer der besten jungen Sprinter überhaupt. Der sicherlich bei Grand Tours, wenn es nicht immer nur ums GC gehen würde bei Jumbo Wismar, sicherlich auch dort um den Sieg mitfahren könnte. Allerdings Nils Pollitt, der Abgang, der tut weh zu Israel Premier Tech. Auch ein bisschen überraschend, wahrscheinlich Nachfolger von Sepp Van Marke. Da ist das Spiel einfach total clever. Giovanni Agliotti verlässt das Team ebenfalls und wechselt zu Astana. Anton Palza geht zu Burgos BH. Ja, das ist ein realistischer Transfer. Da sehe ich ihn auch demnächst. Und Cesare Benedetti wechselt nach Polen. Also Bora Hansgrohe mit schon ein paar Veränderungen, allerdings jetzt nicht an der GC-Spitze des Teams. Dann gehen wir zu Bahrain Victorious. Miguel Angel Lopez, ganz klar, dass der natürlich hier zu einem Spitzenteam wechselt. Und ich finde, Bahrain Victorious passt doch wie die Faust aufs Auge für so einen Fahrer. Michael Woods kommt, Daniel Martinez kommt, Jukathi kommt. Alter, die haben sich richtig stark verstärkt. Michel Lander verlässt das Team Richtung Sudai Quickstep. Wie gesagt, in der Realität geht er zu Lidl Track. Bittrago verlässt das Team, geht zu den Neos Grenadiers, die die Verjüngungskur nach wie vor durchziehen. Hermann Pernsteiner geht zu Israel Premier Tech. Jo, das ist auch so ein Transfer, den kann ich nachvollziehen. Und Yukiya Arashiro, der seinen Vertrag, glaube ich, aber nochmal um ein Jahr verlängert hat. In der Realität, der geht zum Karriereende hin. So, Jonathan Milan, Mohoric, Miguel Angel Lopez. Also fürs GC haben sie sich quasi 1 zu 1 wieder verstärkt. Durch den Abgang von Michel Lander, da kommt einfach Miguel Angel Lopez. Ansonsten wenig Veränderung, taugt mir auch erstmal ganz gut. Javier Romo kommt, alter Schwede, 5 Sterne Einschätzung. Das ist aber schon auch stark. Hugo Offsetter kommt zu Kofidis. Nons Peters, Amory Capio. So, ansonsten Max Walscheidt geht zu Israel Premier Tech, die sehr, sehr viele Fahrer holen. Victor Lafay verlässt das Team und geht zu Lidl Track. Ressus Herada geht zu Yolo Kometa. Brian Kukar zu Total Energy und Jose Herada, der beendet die Karriere. Also Kofidis, naja, ist jetzt halt so ein Team, was nur nebenbei läuft. Aber sie bleiben auf jeden Fall World Tour Team und Javier Romo ist dann jetzt auch der neue Spitzenfahrer des Teams. So, Education First. Pavel Sivakov kommt, der ja, ich weiß nicht, irgendwie so ein Fahrer ist, auf den man nicht so 100% vertrauen kann. Also immer wenn er mal eine Führungsrolle hat, dann bricht er ein. Wenn er helfen soll, bricht er ein. Er attackiert, bricht ein. Also Pavel Sivakov ist so ein Fahrer, der irgendwie nicht so richtig gut in seinen Körper reinhören kann und sich die Kräfte gut spart. Karl Murphy kommt von Legion of Los Angeles. Das ist doch mal ein ganz interessanter Transfer. Also der wird dann eher für die Breite geholt. Jukati ist weg, Magnus Kurt Nielsen, Christian Ott, Eiking, Georg Steinhauser. Aber sie bleiben ungefähr vom Niveau her so stark wie letztes Jahr. Lustig, wie sich das hier immer so spiegelt. Also da bleibt Ritchie Carapassen, Nielsen, Paulus, Bissegger sind dort weiterhin die Spitzenfahrer. So, Ilan van Wilder kommt zu Kruppama. Finde ich ganz ehrlich einen interessanten Transfer, muss man sagen. Verstärkt so ein bisschen das Team um David Godue. Scherel kommt, Carvalho. Den Rest kann man so ein bisschen weglassen. Und Thibaut Pinot beendet die Karriere. Das ist auf jeden Fall realistisch. Das wusste man ja auch vor der Saison schon, dass das die letzte werden wird. Dann ist das wahrscheinlich hier auch mitprogrammiert worden. Also Thibaut Pinot hört auf. Dafür kommt mit Ilan van Wilder ein Fahrer mit einem großen Potenzial, der ein guter Rundfahrer werden kann. Von Sudai Quickstep. Da bin ich mal gespannt, wen die so holen. So, die Ineos Grenadiers. Also machen ein bisschen Verjüngungskur. Aber Santiago Petraro ist der einzige wirkliche Spitzenfahrer, der dazu kommt. Ansonsten, Archie Ryan ist natürlich ein großes Talent, der jetzt zu Ineos dazukommt aus dem Dumbo-Wismar-Development-Team. Aber Martin ist weg, Sivakov weg, Laurence de Plüs weg, Oma Freile weg, der wieder eine sehr, sehr gute Rundfahrt gemacht hat. Jetzt für die Ineos Grenadiers. Also, die werden auch eigentlich ein bisschen schwächer. In der Spitze bleibt es natürlich gleich. Egan Banal, Tao Hart, der noch Vertrag bis 2025 hat. Thomas Pitcock, die bleiben alle. Aber ist jetzt kein Megatransfer-Sommer, der Ineos Grenadiers geworden. Ich glaube, hier können wir gleich drüber hinweggehen. Rui Costa verlässt das Team und beendet die Karriere. Ansonsten kommen hier vier Fahrer, die mir alle nicht wirklich viel sagen. Bini Giermeier noch bis 2025 unter Vertrag für uns. Ganz interessant, aber wir können ihn uns wahrscheinlich eh nie leisten. So, Israel Premier Tag. Holy Shit. Das nenne ich mal einen Sommer. So, Nils Pollitt, Ackermann, Wahlscheid, richtige deutsche Offensive. Hier George Bennett kommt, Pernsteiner kommt noch mit dazu, Gorka Isagere, Thomas Buda, Larry Warbis. Also, das ist mal richtig stark. Allerdings verlieren sie auch Michael Woods. Sepp Van Marke, wie gesagt, eigentlich Karriere beendet. Nizolo weg, Pozzu Vivo weg, Stephen Williams, Itamar Einhorn, Oma Goldstein. Ich glaube, es gab jetzt an einem Tag zwei israelische Siege bei Conti-Rennen. Das fand ich auch sehr nice. Also, Israel entwickelt sich dann im Radsport auch eben nach vorne durch das Israel Premier Tag Team. Kann man jetzt darüber streiten, ob sich das Team verstärkt hat oder verschlechtert hat. Michael Woods sicherlich jetzt auch nicht mehr der allerjüngste mit seinen 37 Jahren. Aber ungefähr das Niveau gehalten, bleiben eben dann auch in der World Tour. Dann geht es zu Jumbo Wisma. Wisma relativ, ja, übersichtlich. Henry van den Abele kommt vom Team DSM sicherlich auch noch mit ordentlich Potenzial. Genauso wie Dan Hohle. Olaf Koi geht weg. Ron Dennis beendet die Karriere. Und Robert Hesink. Also, da passiert gar nicht mal so viel. Bei Jumbo Wisma, das bleibt das übliche Team. Jonas Winkegaard natürlich der absolute Spitzenfahrer. Dahinter Roglic, Wout van Aert, Dillen van Baale, Sepp Kuss. Ansonsten Lotto-Destiny, mal schauen. Calipion bleibt wohl. In der Realität scheint das eher nicht so zu sein, dass man dort im Jahr 2024 noch zusammenarbeitet. Alex Kirsch, der luxemburgische Meister, der kommt neu von Lidl Track. Ansonsten geht Frederic Frizon. Die beiden Deutschen, Rüdiger Selig, Michael Schwarzmann verlassen das Team. Aber jetzt auch nichts zu spektakuläres. Movistar holt sich ein paar alte Fahrer rein. Einer Rubio geht, Carlos Verona, Oskar Rodriguez, Mühlberger geht zur Education First. Haben wir da gar nicht richtig drüber gesprochen, eben gerade. Also, schon ein relativ großer Adalas hier bei Movistar. Neun Fahrer sind neu. Elf gehen, sind nur noch 28 Fahrer dann insgesamt. Also auch hier keine große Veränderung. Enric Maas bleibt der Spitzenfahrer. Generell finde ich bei den absoluten Spitzenfahrern wenig Veränderung. So, hier ist doch mal ein bisschen was los bei Suda Quickstep. Da haben wir ja schon gesehen, dass da viele Abgänge sind. Michelander kommt. Alberto Danese kommt. Das ist eine super Verpflichtung, sprintmäßig. Einer der talentiertesten Sprinter im Feld. Laurence de Plüse kommt für die Berge. Carlos Verona, Lorenzo Fortunato, der in seiner Entwicklung auch ein bisschen stagniert. Seit seinem Etappensieg beim Giro 2022, 2021. Egal. Sepp Van Marke kommt mit dazu. Dann noch ein französisches Talent und Louis van Belle. Ja, der sieht auch nice aus mit seinen 21 Jahren. Fabio Jakobsen geht zu Team DSM. Alter, ist das realistisch? Das ist echt realistisch. Das gilt ja als das favorisierte Team von Fabio Jakobsen. Bin ich mal gespannt, ob das auch so durchgezogen wird. Ilan van Wilder weg, Sene Schall weg, Rémi Cavagna, Cataneo. Also auch hier gibt es ordentlich Wechsel. Aber sie haben sich auch sehr, sehr gut wieder verstärkt. Das bleibt auch bei World Tour. So, Team DSM. Fabio Jakobsen kommt. Das ist der absolute neue Teamkapitän. Damit ist man sehr gut aufgestellt. Gerade sprintmäßig. Mit Jakobsen und Sam Wellsford, der bei der Tour de France jetzt nicht so performt hat, wie ich es mir erhofft hatte. Mit Romain Bardet und gerade mit Max Poole hat man halt noch einen der talentiertesten Jungprofis da mit drin. Also Max Poole würde ich sogar sagen, hat mehr Talent, als hier drin steht. Also das sollte eigentlich mehr sein. Danese geht leider weg, aber dafür Jakobsen bekommen. Ist jetzt irgendwie, der eine ist vielleicht ein bisschen jünger, aber Jakobsen hat natürlich einfach schon bewiesen, dass das kann Alberto Danese so punktuell mal mit siegen. Aber Jakobsen sicherlich bislang, trotz auch langer Verletzungsmisere, wir alle erinnern uns an den Unfall bei der Tour de Pologne, mit den größeren Erfolgen. Das muss man ganz klar so sagen. Also Team DSM gut aufgestellt. Dann geht es zu Jaco Alula. Die machen nicht so wirklich viel auf dem Transfermarkt. Da bleibt alles gleich. Da wird es nächstes Jahr dann eher Veränderungen geben. Wenn die Verträge von Simon Yates und Dylan Krone wären, auslaufen. Xenix Düber beendet die Karriere. Don Corleone wechselt zur Astana. Ja, passt. Sehe ich genauso. Grimmay geht zu Team Novo Nordisk, aber ich glaube, da können wir schnell drüber hinweggehen. Unspektakulär. Lidl Track. Nairo Quintana kommt, ablösefrei. Yo, da machen sie keine Gefangenen. Sorry, ich habe gerade noch mal eine Meldung von meinem Netzwerk bekommen. Deswegen muss ich kurz mal aufs Handy schauen. So, Nasser Bohani, Victor Lafay kommt. Matteo Cataneo. Also da ist schon ein großer Wechsel drin. Einige gute Fahrer. Fabio Felazio kommt. Und mit Busato kommt ein sehr, sehr gutes Talent. Also da hat man, glaube ich, gutes Auge bewiesen. Ein paar Fahrer gehen natürlich. Edward Toynz, Alex Kirsch, dann Hole. Das ist ein großer Verlust. Der kann schon was. Und Markus Hulgat geht zu Trinity Racing. Die auch immer sehr, sehr geile Trikots hatten dieses Jahr. Das ist wie diese Packung, Cornflakes-Packung, die man sich früher mal ins Auge gehalten hat, damit man das 3D-Bild irgendwie noch erkennt. So, bei den Emiraten, da passiert einfach wenig. Zumindest auf der Zugangsseite sind nur noch 27 Fahrer an der Seite von Tate Pogacar, also 26. Emils Lippins kommt. Ansonsten was Zuccarato und Troja. Da ist bestimmt ein richtig guter Fahrer drin versteckt. Ackermann geht zu Israel Premier Tech. Matteo Trentin zu Astana. George Bennett zu Israel Premier Tech. Also eher geschwächt, würde ich mal sagen. Das Team Emirates aber jetzt auch nicht so extrem. Dann sind wir auch schon durch. Schauen wir noch mal durch. Conti Pro. Was haben wir denn da für interessante Teams jetzt noch mit dabei? Iolo Kometa. Joachez Ocerada kommt. Martin Dina. War der nicht eh schon da? Okay. Fortunato geht halt. Mattia Beiß geht zu Bahrain. Victorious. Was haben wir sonst noch? Lotto Destiny. Okay, warte mal. Hatten wir das nicht eben alles schon? So Israel Premier Tech. Lotto Destiny hatten wir doch eben schon. Das sehen wir jetzt doppelt noch so gemoppelt. Oder haben wir irgendwas vergessen? Ah, Akea Samsic und so weiter haben wir gar nicht gesehen. Und bin ich da einfach drüber hinweggegangen. Einer Rubio kommt. Von Akea Samsic. Geoffrey Bouchard kommt. Also das sind gute Transfers. Bohani geht zu Trexiger Fredo. Ugo Ofstetter geht weg. Also auch da hat man sich so 1 zu 1 wieder verstärkt. Aber mit einer Rubio sicherlich nochmal einen schönen Bergfahrer geholt. Der bei der Tour de France Richtung Top 10, Top 15 kommt. Vielleicht auch mal aus der Ausreißergruppe was holt. Irgendwie trotzdem das Gefühl, wir haben was vergessen. Da haben wir noch Astana. Haben wir Aja Deserre bei uns überhaupt angeschaut? Ne, auch nicht. Ganz strange. Keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich jetzt einfach schon durch. Ich nehme schon wieder viel zu lange auf. So, Timo Kielich kommt. Auch Etappensieger in der Wallonie. Richtig großes Talent. 24 Jahre. Rui Olivera. Das Team verlassen. Nance Peters. Geoffrey Bouchard. Michael Scherel. Also die verlieren so ein bisschen französische Identität. Holen sich aber auch ein paar Jungprofis noch mit rein. Und Astana, die haben sehr viele Fahrer geholt. Matteo Trentin. Nizzolo. Agliotti. Also vor allem auf der italienischen Seite. Haben sie viele geholt. Mark Cavendish beendet die Karriere. Ist man ja noch unsicher, ob er es wirklich beenden wird. Oder ob er nicht doch noch weiter durchzieht. Simone Velasco geht so total Energie. Case Boll geht so Bolton. Was für ein Ding? Ach, das ist dieses neuseeländische Team. Ja, Bolton, Equities, Black Spoke. Okay. Ja. Aber das... Damit werden wir Case Boll erstmal wahrscheinlich bei großen Rennen zumindest nicht mehr sehen. Das ist jetzt nicht unbedingt eine super Verpflichtung. Trikot finde ich jetzt auch nicht so nice. Lila ist einfach nicht meine Farbe. So, wen haben wir sonst noch nicht gesehen? Movistar haben wir gesehen. Den Rest, das müsste eigentlich doch passen. Wenn wir jetzt nochmal Conti Pro drauf schauen. Das UNOX Pro Cycling Team können wir nochmal schauen. Johannes Kulset kommt von UNOX. Magnus Kurt Nielsen, auch nice. Dann haben wir Edward Tons, Perstrand Horganis. Also die haben einfach das komplette Jumbo Development Team jetzt hier aufgekauft. Finde ich ja gut. Christopher Halverson geht ebenfalls nach Neuseeland. Anton Schamig zum Team Cheetah. Cheetah Mobile. Ah, nach China. Christopher Lawless ist da der Top Sprinter. Interesting. Also hier ist auf jeden Fall ordentlich Luft drin. Das macht Spaß. Diese Entwicklung auch immer zu sehen. Tudor Pro Cycling Team. Da schauen wir nochmal. Da müsste doch auch Jan Christen noch mit drin sein. Oder ist der jetzt weg? Nö, da müsste doch eigentlich noch hier sein. Oder ist der im U23 Team noch drin? So, warte. Da muss ich jetzt einmal ganz kurz schauen. Alter Schwede. Da sind so viele Teams. Das ist natürlich nice. Oh, da müssen wir U23. U23 kann ich hier wahrscheinlich gar nicht schauen. Naja, ist ja auch wurscht. Also das kann ich auch nochmal so gesondert nachschauen. Das waren mal die Transfers. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz auf unser Team. Nehmen wir die Fitness natürlich mal raus. Sehen das momentan von der Einschätzung her. David Jemane mit seinem Bergwert von 74 nach wie vor. Der Beste ist dann Muassa und Hannes Wilksch mit Bergwert 70. Da haben wir aber einige auch dabei, die so, ja, sicherlich das Potenzial haben, da noch definitiv dran vorbeizuziehen. Auch Samuel Nionkuro ist schon richtig gut. Kip Game Boy, Mauro Brenner, der sich sicherlich schneller verbessern wird als der Rest. Vlad van Mechelen werden wir eher Richtung Pancheur dann trainieren. Matteo Groß ebenfalls Richtung Pancheur. Dann haben wir natürlich noch ein paar Tip-Top-Sprinter mit dabei. Ich mag aber die Mischung, die wir dort drin haben. Natürlich haben wir noch viele deutsche Fahrer mit drin. Auch Malte Maschke, der ja neu zu uns kommt aus unserem U23-Team. Und wenn wir eben nochmal den Blick auf unser U23-Team werfen für die neue Saison, auch da nochmal auf die Qualitäten. Bergmäßig sind wir mit Jean Nepo Bigirimana schon mit 67, 69 Berg-Mittelgebirge richtig gut am Start. Dahinter ist natürlich erst nochmal eine große Lücke mit unserem Griechen, der Richtung Pancheur trainiert werden könnte. Sieht das eigentlich auch ganz gut aus. Also ich habe da richtig Bock drauf. Jetzt müssen wir schauen, dass es finanziell ein bisschen besser geht. Und Scout würde ich wahrscheinlich wirklich nur einen einzigen einsetzen und den nach Afrika schicken. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir das in der nächsten Saison hinbekommen. Also ich hoffe, die erste Saison hat Spaß gemacht. Ich salutiere mal. Und dann sehen wir uns wieder zum Start der neuen Saison. Wahrscheinlich mit La Tropicale Amisabongo oder Vuelta Altachira. Schauen wir mal, was der Rennkalender dort für uns so hat. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Erste Saison ging relativ flott. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Einen Monat? Ich denke mal, die nächsten Saisons gehen fast ein bisschen schneller, da wir ja wirklich nur noch die Sponsorenziele und eben ein paar Höhepunkte durchziehen. Ich denke mal, das ist ein bisschen schneller, da wir ja wirklich nur noch die Höhepunkte durchziehen.